Künstliche Intelligenz oder gesunder Menschenverstand? Am besten beides. Worum geht es in diesem Vortrag? In diesem Vortrag geht es um die Rolle der künstlichen Intelligenz und wie sie unsere Lebens- und Arbeitswelt in naher Zukunft revolutionieren wird. Und ja, ich glaube fest daran, dass KI uns Menschen nicht ersetzen wird. Aber Menschen, die KI als Werkzeug nutzen, werden einen deutlichen Vorsprung gegenüber Menschen haben, die KI nicht nutzen. Und deshalb bringe ich Sie mit dem Vortrag KI oder gesunder Menschenverstand am besten beides genau in die Position, wo Sie beurteilen können, was ist KI, wie können Sie KI heute und in Zukunft nutzen und Sie wissen, ich gehe immer gerne vom Digital Know-how zum Digital Do-how. Sie bekommen von mir ganz konkrete Tipps zu heute schon verfügbaren KI-Tools, wo Sie sehen, was können Sie denn heute schon an tollen Sachen mit KI anstellen. Für welche Formate ist dieser Vortrag besonders geeignet? Natürlich für alle Arten von Konferenzen zum Thema neue Technologien, aber auch Branchenkonferenzen. Also es ist zum Zweiten natürlich auch geeignet für Management-Retreats und für interne Vorträge und natürlich auch für Veranstaltungen von Wirtschaftsverbänden, von Vereinigungen für unterschiedliche Verbandstagungen. Also hier die Information, die Motivation und einfach ins Umsetzen mit diesem Thema zu kommen. Ich freue mich auf Ihre Veranstaltung, Ihr Thorsten Jicke.